Ich lerne Deutsch. Nummer 13799 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Diese Umgebung ist einfach perfekt für mich und mein Outfit. Diese Umgebung ist einfach perfekt für mich und mein Outfit. Die Prüfungsvorbereitung war anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Die Prüfungsvorbereitung war anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Betont, dass das Lernen viel Aufwand und Energie gekostet hat, aber das Ergebnis zufriedenstellend war. Auf einem gelben Teller liegen drei Croissants. Auf einem gelben Teller liegen drei Croissants. Auf einem gelben Teller liegen drei Croissants. Wie war Ihr Blutdruck in den letzten Monaten? Wie war Ihr Blutdruck in den letzten Monaten? Besonders reizvoll und malerisch ist der Flohmarkt in der Altstadt. Besonders reizvoll und malerisch ist der Flohmarkt in der Altstadt. Kannst du den Schneebesen halten? Die Entscheidung für positive Gedanken beeinflusst direkt mein Wohlbefinden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.